hallo ich habe noch ein wochenend kracher da staunt ihr ich habe selbst gestaunt dass ich geschafft habe zwei angebote diesen monat auf die füße zu stellen wie kommt das ganz einfach wir haben sommerloch das merken die ganzen firmen wenn viele menschen unterwegs sind in urlaub sind dann wird weniger bestellt und die wollen natürlich ihren umsatz stabil halten also hauen die auch schon mal was raus was sie sonst nicht machen würden und da habe ich in die kerbe und sagt meine kunden bekommen was ganz besonderes und das sieht so aus einmal das hyaluron waschgel was so herrlich aufschäumt dann nach der reinigung das tonic kann man auch so zwischendurch mal übers gesicht sprühen um sich zu erfrischen so und dieses bündel mit diesen zwei produkten gibt die elektrische gesichtsbürste gratis mit dazu hammer teil weil wie gesagt das kostet 39 90 man es einzeln bestellt und das kommt jetzt da mit dazu also es ist ja ich konnte fast nicht glauben aber es ist so hier ist kleines knöpfchen und dann vibriert das was ist jetzt der vorteil gegenüber der manuellen bürste kann man so schlecht sagen das ist einfach so die geschichte wie normale zahnbürste elektrische zahnbürste ich zum beispiel ich finde das ganz toll mit meiner handzahnbürste mein guter harrimann der nimmt nur elektrische zahnbürste wer also typ elektrische zahnbürste ist findet die elektrische gesichtsreinigungsbürste wahrscheinlich komfortabler und noch intensiver als die bürste die man per hand über die haut schiebt die fasern sind ungefähr gleich die bürste kann man austauschen wenn die mal so nach dem sag ich mal halbes oder ein jahr ein bisschen bisschen sind kann man die nachkaufen und bitte darauf achten wenn das bei euch ankommt dann wird hier unten zwischen batterie und gehäuse ein kleines plastik plättchen sitzen das muss man erst mal ziehen weil sonst könnte da oben drücken wie ihr wollt da fließt kein strom also wenn das gezogen ist dann kann es dann losgehen und dann einfach hier wieder so ein bisschen drehen und schwuppdiwupp ist alles toll es gibt jede menge bürsten so was aus holz zum beispiel das wird dann ganz schnell hier unten fies und schwarz und haben wir alles schon gehabt ich finde diese geschichte sehr sehr schön bringt ein richtig frisches gefühl ins gesicht wer gerne das gesicht reinigt ist das hier ein sehr schönes trio was wir an diesem wochenende besonders günstig anbieten können weil michaela für euch geburt hat wer sagt liegt in meinem finanziellen plan jetzt diesen monat nicht drin schreibt mir bitte an info at makeup coach punkt e aber bitte nur wenn es auch wirklich haben wollt dann bestelle ich eben diese anzahl mehr und ihr könnt das im september vielleicht mit dem angebot des monats september da kommt ein neues augenprodukt zusammen bestellen das ist eine möglichkeit die ich euch anbieten kann weil ich kann nur bis ende des monats das hier ordern und dann wird es das in dieser kombination erst mal nicht geben ob sie überhaupt noch mal so kommt weiß ich nicht die firmen machen immer mal wieder was zwischendurch aber jetzt haben wir das da für dieses wochenende also jetzt zuschlagen wer es unbedingt haben möchte in diesem sinne schönes wochenende und dann wisst ihr was ihr nächstes wochenende machen könnt schön im bett liegen lange schlafen und dann mal so ein wellness tag machen im badezimmer mal so ein bisschen die rosenblätter streuen bisschen duft schaumbad und dann mit der peeling mit der reinigungsbürste so nicht eintauchen in die badewanne aber man hat ja meistens den kopf draußen und dann verwöhnt er euch mal selber ach was erzähle ich euch das wisst ihr doch alles selber was ihr dann damit schönes machen könnt tschüss bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald